hallo leute herzlich willkommen zu dem heutigen part für den graben simulator wir sind richtig equipped heute und wir haben sehr viele diamanten in letzter erfolg in meiner sink und wir haben wir haben wir haben sehr viel gegraben aber weißt du warum das jetzt nicht immer wieder auf dem auf dem sachen verkaufe auf der sache auf verkaufen drücke weil ich und endlich und endlich rucksack gekauft und endlich ist rucksack dass ich immer und endlich graben kann und ein lauf ding also lauf ding und letztlich habe das jetzt ein bisschen gearbeitet noch also ich habe jetzt auch das hier ich kann jetzt sogar auch alleine alleine einen insel gehen und da graben das war jetzt eigentlich mein wunsch also leute wir werden bis nach unten graben aber wir haben jetzt fast jetzt keine zeit mehr weil die zeit jetzt gleich um ist und die zeit ist gerade beim graben bald um und leute lasst ein like da und noch keine videos mehr zu verpassen es kommen echt viele viele sachen auf uns zu also das ist jetzt mein skin ja nur dieses diese sachen da die sind einfach nur bloß da und du weißt guck mal jetzt wie viel ich jetzt schon habe also was ich jetzt hier alles gesammelt habe ich habe schon sehr lange schon damit angefangen gesammelt und und ja bei dir ich wenn ihr bei mir auch dabei sein könnte dann könnt ihr mir einfach mal gucken wie viel ich davon habe und jetzt schon drei dinge bekommen also die drei von die orangen bekommen und hat er auch unendlich ne hat er nicht der hat nicht unendlich wie ich also leute also wir haben jetzt vier vierzehn millionen tausend ähm ähm graben lol also lol also leute wir kaufen heute mal also was haben wir dann also heute kaufen wir noch keine schaufel wir müssen erst wieder sammeln wir am letzten mal eine muppe gekauft oh die loot ist fertig sieben wir müssen aufpassen bevor die sachen kommen also ich freue mich dass ich jetzt wieder ein anderes handy habe weil ich freue mich einfach dafür dass ich wieder mehr speicherplatz bekomme und jetzt hat es geleckt gerade weil die loot da gerade zugemacht hat und leute wir versuchen keine truhen einzusammeln wir versuchen mal einfach mal ähm oh ich habe jetzt gerade das eingesammelt oh gott macht boah das ist sehr viel ja ich habe es gerade noch bevor er das noch geschnappt hat habe ich es gerade noch geschnappt ähm 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 ok wie los schau mal jetzt kann ich einfach schneller graben ohne ich kann einfach zuschauen ok so leute schau mal diese mupe geht einfach ab die mupe geht einfach ab die hat auch sehr viel die hat auch so viel da sind auch auch leute die noch zum ersten mal da spielen also die müssen erst noch erarbeiten die müssen erst arbeiten was machst du ich habe jetzt 95 von denen gekauft und die kriegen leider den schlechten warum gehst du jetzt nicht auf meiner seite und gehst auf meiner falschen seite das ist mein grundstück irgendwie ist es heute ein bisschen langsam heute höhe läuft es ja nicht die aufnahme ja ja die läuft noch soll ähm ach also die läuft noch also noch keine videos mehr zu verpassen gibt es mehr von diesen videos heute versuchen wir die truhe nicht einzusammeln es dauert auch viel zu lang wir haben wir schon über gut gut hoffentlich bin ich hier schon wieder in die rainbow truhe wie letztes mal also wie kein video ich gemacht habe da war ich eigentlich ohne video also ohne video oh da war jetzt die rainbow truhe schade da war die rainbow truhe oh ja guck mal warum was machst du eigentlich hier mädchen kannst du bitte mal weg gehen das ist meine seite und geh frei dich und geh weg das ist die erste das ist die erste brau die jetzt hier auf die spieler spielt oder alle frauen die ausspielen ich habe immer noch ein eisbär als haustier der regt mich die ganze zeit auf ich verstehe warum die die ganze zeit aufregen und ich kann mit der kamera nicht so gut spielen weil der die ganze zeit dir was willst du was willst du ähm vielleicht okay wir kommen jetzt zum 200 da also 200 da ist echt lol wenn man jetzt ganz unten ist dann dann kriegst du so viel geld nicht dein ernst gell da kriegt man echt viel geld oder sowas also nicht nur mal guck mal wie viel mir jetzt letztes mal gesammelt habe ich habe doch nie noch nie eine 100.000 geschafft auch die roten sind einfach auch die roten sind einfach auch ein die roten sind einfach auch vermögend wert also die wellenbautruhe sind sehr wert die wellenbautruhe hat über über fast eine million eine million eine million also eine million guck mal jetzt geht es auch mehr ab wenn ich die wellenbautruhe ich sehe schon mal wie schnell der jetzt grabt die fischte müssen unbedingt mehr coins zusammenkriegen und wir versuchen mal das geld da dieses geld oder das was zu verkaufen noch nicht zu machen weil ich habe letztes mal irgendwas verkauft letztes mal bevor ich mit dem graben sammlerleiter angefangen habe habe ich noch nicht dieses unendliche unendliche rucksack gekauft sondern noch nicht ohne ohne die unter ohne den unendlichen rucksack konnte ich gar nichts machen aber bevor ich wollen wir jetzt mal letzt wir müssen mal was kaufen und ehrliches rucksack kostet 800 wow was und 2 2 x 35 wow bucks für die 2 truhen coin boah 4.000 für 7.000 0 für die diamanten für die diamanten und graben für das graben auf 3.000 für die musik 20 ding und resetten 35 300 für das würfel und für 30 für 100 prozent 100 prozent oh hier war die habt ihr das gesehen wie viel der jetzt abgezogen hat boah wie viel das jetzt gezogen hat ey ähm ach da siehst du nein nein hallo hallo da war die blöde wernbautruhe schade kann ich jetzt auch wieder wernbautruhe bekommen er hat die wernbautruhe nicht aufgemacht lol scheiße jetzt geht man wieder nicht wlan wlan oh mein Gott guck mal du hast ja keine chance gegen mich du bist so lol leute unserem wlan geht grad nicht keine ahnung was hat der wieder hat normale truhe kann ich jetzt abstecken ah ok aber es geht immer noch ich kann die kamera nicht sehen weil die blöde sind ich hasse diese scheiße ok wir sind fast bei 500 da mama mia oh komm mal das heißt ja auch 500 aber immer wird es immer mehr die ich bin schneller als euch ich kann ja nichts so machen ja scheiße lol wir müssen einen Neustart machen weil irgendwas mit tun oh oh okay jetzt sind die wieder endlich back aber schau mal wie der abgeht man komm mal wieder oh da war jetzt eine riesentruhe äh Alter wie viel diamanten macht denn das bitte ist das so ist das eh dass die stark geworden sind in diesem Jahr weiß ich nicht Ah, da brauche ich eigentlich gar nicht mal so interessant zu schauen, ey. Jetzt ist mein WLAN hier abgestürzt. Garantiert ist der WLAN wieder... Mei, jetzt ist er wieder da. Mama mia. Mama mia. Geh. Geh. Mann, ey, was ist denn hier los, bitte? Ah, tauschen, warte mal. Fangen wir mit dem ganz unteren an. Fangen wir ganz unten, was hat denn der so besonders? Na, er hat noch nichts angenommen. Aber ich nehme das nächste. Oh, da war jetzt noch... Dreimal und weg. Dreimal und weg, wie ist das? Schau mal, die Nuppe, wir brauchen irgendwie so ein großes, wir brauchen irgendwie so eine große Schaufel, die uns schneller, dass der uns schneller ganz unten bringt. Wie gibt es so eine Schaufel, die man ganz schneller runterbringt? Da war die WLAN-Botruhe. Ah, wenn ich niemals die WLAN-Botruhe kriege, dann wäre es mir echt ein bisschen gemeiner, ey. Wenn ich diese WLAN-Botruhe endlich mal zu Besicht komme, dann habe ich das mehr als Wörter. Und wir sind im roten... Wir sind jetzt im roten... Roten Sand. Ehrlich jetzt, das sieht ja aus... Und das hat über 100. Muss ich mal da schauen. Hier ist einfach diese Simulator... Ähm, ja, okay. Ah, das kannst echt stecken lassen. Du kannst echt stecken lassen, ey. Du kannst echt stecken lassen. Hier kommt echt keiner mehr. Ja, hier sind alle willkommen, weil die haben zum ersten Mal... Und wieso habe ich jetzt gerade vorhin ein Abzeichen bekommen vorhin, ja? Ich, als ich gerade den... Als ich gerade... Als ich gerade, ähm, aus dem Server oder später auf dem Server raus bin, also später aus dem Server oder reingegangen bin, kriege ich einfach ein Abzeichen. Lol. Habe ich noch nie im Leben gehört. Also, heute kaufe ich mir jetzt wieder mal... Ja, dann kaufe ich mir die Tut noch ab. Oh! Äh, ich... Ich gebe dir... Ich gebe dir... Oh Mann, ist das immer das Leckige. Und jetzt ist er wieder da. Ja, okay. Ja, du kriegst... Das kriegst du. Weil du hast noch gar nichts... Und jetzt stopp! Geh! Geh! Meine... Das ist nur eins. Das ist meins. Das weißt du, ey. Das ist doch meins. Das ist doch meins, Alter. Das ist doch meins, ey. Das ist doch meins, Alter. Ähm... Oh! Die Hut! Naja, der Hut ist jetzt eigentlich neu. Noch ein Hut. Mama mia. Also. Die sind beim 80. Und die kriegen den grünen Hut. Das ist gut. Ja, müssen auch mal ein bisschen mehr. Als nächstes haben wir... Als nächstes haben wir... Auf der ersten Liste... Auf der ersten... Er will nicht nehmen. Er will nicht annehmen. Dann erst nächstes die zweite. Und... Eeeh... 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 Was ist denn da? Was ist denn da? Ich habe die Massehneider Was ist denn da? Wie ist denn da? Wie ist denn da? Ah, jetzt kommt ja schon wieder einer. Ich hab' nicht gewusst, dass das so... Nein! Hallo! Wie? Meine Truhe! Nö! Ah, heute geht das wieder nicht. Und wir haben die Bambo-Truhe eigentlich zur Gesicht gekommen. Ja! Alter! Fünfzig! Alter Schwede! Fünfzig, fünfzig, ey! Oha! Fünfzig! Ich hasse dich! Ich hasse dich wirklich darüber! Darüber! Du kannst nichts machen! Ich bin nur schneller als du! Ich kann schneller graben als du! Das macht automatisch! Ich kann das machen! Und er sagt Stopp! Ich mach' nicht Stopp! Ehrlich jetzt! Ich mach' nicht Stopp! Loll! Ich raste aus, ey! Was ist das für ein Spieler, der mir immer nur folgt, ey! Ich hab' doch gesagt, du sollst weggehen, ey! Bitte! 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 Geh' bitte! Bitte! Geh' einfach bitte! Warum schon? Geh' einfach bitte! Ich will doch nur einmal alleine sein! Bitte! Idiote! Idiote! Ähm... Ehh... Ich nehm' euch mal mit! Ich nehm' euch mal mit! Und tu' ja bis die Münzen sammeln! Hehehehe! Und wir haben schon ziemlich gewusst! Mann! Ich glaub' das Wern geht heute bisschen anders! Ähm... Na gut, dann nimm' wir ihn! Hey, warte mal! Nein! Achso! Shit! Hast du! Naaah! Tut mir leid! Tut mir leid! Tut mir leid! Tut mir leid! Jetzt haben wir nochmal die Wernmode-Tour gefunden! Tut mir leid! Die Zeit ist abgelaufen! Tut mir leid! Die Zeit ist abgelaufen! Und mir so greift... Na... Nee! Geh! 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 Hallo! Das ist meine Truhe! Du Idiote! Ich bin schneller als du! Haha! Ich bin schneller als du! Ich hab' die Kraft! Ich glaube, wer schneller ist, kriegt die Truhe! Und du hast eh bald voll! Es ist schisch ab! Es kommt jetzt, Mann! Wieso ist jeder wieder weg? Auf die Scheiße! Die möchten auch mal in den Bus da unten kommen! Ich glaube, ich spinne, Alter! Es ist doch mein Graben! Ich habe die Rechte auf die Graben! Nicht euch! Ich geh' jetzt auf meinen gleichen! Ich geh' auf meinen! Ich geh' einfach auf meinen anderen Station! Nimm' ich meine... Oh! Und nochmal... Was ist das? Nein! Nein! Ein pinkes! Was?! Wirtsreis findet denn der Pektor! Das ist mein Name! Das ist doch mein Name, lol! Egal! Jetzt! Nein! Bitte! Das ist meine Truhe! Bitte! Nimm' die nicht weg! Ich bin der Schnellste von allen! Wer ist der Schnellste? Ich glaube, ich! Wer ist der Sch... Wer ist der Schnellste? Ok, er ist weg! Du kriegst meine Drohne nicht. Du bist so lahmsam für mich. Meins. Meins. Hallo. Mach weiter. Ja. Geh gleich aus. Geht aus. Ja. Boah. Wie sieht das denn ab? Wir sind bei 500. Sind bei 500. Aber wir sind jetzt auf. Ist das grün? Ja, ist das grün. Das ist grüne Block. Haben wir schon mal einen grünen Block? Das ist endlich die anderen weg. Da ist die Wälderruhe. Die ist immer hier. Nochmal. Wir brauchen eine, die sehr schnell macht. Nur eine. Ich brauch nur eine, die noch schneller geht. Es muss eine, die noch schneller geht. Oder noch mal sein Bär oder anderen Bär kaufen. Dann kann ich mehr als Worte. Weil normalerweise, wenn man jetzt ein Haustier kauft, dann hast du mehr Chance, bis nach unten zu kommen. Und jetzt ist der Nächste kommt und der Idiot da schon wieder. Du kannst nicht graben. Ich hab die Rechte dazu. Geh. Dankeschön. Na, ist wieder hier. Scheiße. Ich hasse dich. Du bist so ein Noob, halt. Und da kommt noch der Noob, die kommt schon wieder. Der will unbedingt Freund mir machen mit mir. Er will mit mir Freund sein. Ich hasse ihn, aber ich nehm die Anfrage nicht an. Ich hab eh 200 Freunde. Leute, wenn wir eine Anfrage schicken, könnt ihr mir eine Anfrage schicken. Und dann könnt ihr mir zweimal meine Kumbang und ihr beide spielen. Mit einem Video. Also, ohne Video. Aber ihr könnt es mir spielen. Einfach, ich blende einfach meinen Namen ein. Ihr könnt aber die Namen schon sehen. Das ist mein Name. Oha. Und ihr könnt mir mit mir Graben Semmelator spielen. Oder mehr als mehr Worte. Und ich hab auch gesagt, ich spiel mit wieder Quanny. Ähm, Graben Semmelator. Oder ihr könnt wieder Quanny mit einem Musikvideo machen. Vielleicht geht das. Oder nicht. Oder ohne Video. Ohne Musik. Und ihr gefällt euch die Musik. Es kommt manchmal Videos mit Musik und manchmal nicht. Das ist doch klar. Also, wie lange nehmen wir jetzt eigentlich auf? Keine Ahnung. Erst wenn jetzt die Zeit da zu Ende ist, dann müssen wir dann Abschied nehmen. Bis jetzt haben wir nur 8 Minuten. Und 46 Sekunden. Und ich muss auch mal bald meine andere Aufnahme kaufen. Äh, erholen. Äh. Warum hab ich nur eins übrig? Das darf doch nicht wahr sein, dass ich jetzt eins übrig hab. Das darf doch nicht was sein, dass ich jetzt noch eins übrig hab. Hä? Ich hab doch noch eins. Creepy. Wer hat jetzt meine... Ach so, hier? Idiot. Ähm. Wir sind mal 6.045. Es geht nicht. Es geht. Mein WLAN geht schlecht heute. Manchmal hängt es, manchmal nicht. Und jetzt geht es ab. Oh, ich glaub, der dauert lang. Ja, weil er sehr viel wert ist. Oh, 21. Die Graben, ey. Was low? Wir sind so low. Wir sind total... Wir sind so geequipped. Wir sind nicht so low. Wir sind sehr... Wir haben schon ein gutes Aim jetzt grad. Ey. Wer hat das eigentlich auf eine Million, dieses, ähm... Ähm... Wer hat das auf eine Million gestellt? Tut mir leid. Das BLAN geht heute ein bisschen schlecht. Vielleicht liegt das an den Datenschutz. Nicht in Datenschutz, sondern in mobile Daten. Vielleicht liegt das an den mobile Daten. Bei den mobilen Daten hab ich immer Probleme. Ähm... Okay, lol. Wir sind total weit als die anderen. Wir sind ganz oben. Und wir sind so weit unten, ey. Stimmt. Wenn man keine... Wenn man ganz unten graben und keine Truhe vergisst, dann bist du sehr schnell unten. Wie geht denn das, ey? Aber nur, dass die Truhen nicht mal so viel sind. Dann ist das mehr... Ja. Es tut mir leid. Die WLAN ist heute ein bisschen schlecht. Es geht nicht anders. Ich schalte jetzt die Daten aus. Ich schalte den BL-Daten aus. Oh Mann, oh Mann. Jetzt geht's wieder. Na ja. Wir haben jetzt noch 15 Minuten. Wir haben 5 Minuten noch. Oh. Die rohe... Äh, die schwarze... Die blaue Tue haben wir noch nicht gehabt, gell? In der Folge. Also letzte Folge. Oder... Folge haben wir die... Lol. Wir haben tatsächlich die letzte Folge keine blaue Tue gesammelt. Scheiße. Wir haben die Daten an. Es geht gleich das WLAN ab. Das WLAN wird gleich abstürzen. Ich spüre, das WLAN wird bald abstürzen. Wieder die Wellenball... Ich kriege immer die Wellenball-Truhe immer zu Besicht. Aber ich kann die nicht einsammeln, aber ich bin so schnell. Tiefe auf... Schon wieder die Wellenball-Truhe. Wir wollen alles in Wellenball-Truhen. Das war jetzt ein 200er-Truhe. Stopp. Sevi weg. Stopp. Sevi weg. Mei, jetzt ist der... Mei, es ist doch zum Kotzen. Geh, einfach geh. Geh. Lass nicht keine Ruhe ab. Sehzeit. Die Zeit ist eh bald oben von mir. Die Zeit oder die Zeit für diese Graberei ist auch schon bald Zeit oben. Und auch die Videozeit ist bald oben wieder. Nein. Du mit deiner Stopperei. Ich kann deine... Deine Drecks... No. Ich hab gesagt, no. Okay. Geh. Okay. Ah, müssen die Leute nur hören auf das, was die nicht sagen, dass sie jetzt gehen sollten? Nee, oder? Ich hab gesagt, die sollen gehen, aber nö. Die müssten unbedingt... Oha. Lol. Die sind bald bei 200. Tiefe 200. 200. Sind bald tiefe 200.000. Meine... Ist noch die nächste. Eine mit 10. Ein neuer ist da. Und wir sind bald bei 200.000. Und wir haben eine hautfarbige Block. Mhm. Eine hautfarbige Block. Und jetzt geht mein WLAN wieder nicht. Gerade jetzt ist der WLAN abgestürzt. Ich bin schneller. Ich bin schneller. Guck mal. Haha. Ich bin schneller als du. Ich hab die Kraft. Ich hab die Kraft. Nein, das bin... Die WLAN-Mod-Truhe. Für zwei Minuten, lol. Wir haben die WLAN-Mod-Truhe erreicht. Ha? Oh. Nein, 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 nein. Du bist zu spät. Ich bin nicht schneller als du. Oh ja. Geh. Geh. Geh einfach. Geh. Da bräuchte ich nie ein Leben mehr sehen. Boah. Aber da braucht auch Sinn. Mach ein Mädchen. Scheiße. Geh. Okay. Geh. Okay. Du hast eh schon voll. Du bist so voll. Du musst da rumgehen. Du musst nach oben gehen. Server Freund soll ich Gold skin. Hallo. Mach mal hin. Spaß. Kannst aber nicht hoch. Das ist zu weit. Oh mein Gott, ey. Ich liebe dieses. Oh, wieder die WLAN-Mod-Truhe. Ich hab die WLAN-Mod-Truhe wieder zu Besicht bekommen. Ich wusste das mit dem anderen. Mit dem WLAN-Mod-Truhen. Auf dem WLAN-Mod-Truhen. Die immer ein bisschen mehr als Worte. Die mehr als Worte sitzen kann. Mehr als Worte. Seid Auto. Also Leute. Ich muss euch dann bald beabschieden. Wir haben eh bald die eine Minute gleich erreicht. Und wir müssen dann uns aufhören. Kann ich hier. Ah, wir können auch uns begrüßen. Und der zwar als Mannsieger ist auch hier. Oh Mann. Immer der. Aber wie haben die schnell eigentlich meine gefunden? Du kannst nicht so schnell graben wie ich. Alter. Wie das abgeht. Wie das abgeht. So. 50 Minuten haben wir noch. Und es hat leider nicht so viel gebracht. Ja, okay. Ja. Dreimal. Muss es dreimal sein, oder? Muss es dreimal sein. Schade. Ich bin nicht drauf. Aber vorher bin ich schon drauf. Okay, Leute. Wir haben schon 22.000 bis 22.000 erreicht. Also. Boah. Alter. Okay. Beim nächsten Part werden wir mal schauen, wie viel wir jetzt gegraben haben. Also, wie viel, wie viel jetzt, wie ich sie verkauft habe. Stopp. Wir müssen abhören. Wir müssen aufhören. So, Leute. Das war es mit der Folge von Krapensimulator. Wenn es gefallen hat, dann schreibt in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Sch interesting. Tschau.